Jo Freunde, was geht ab? Ich bin's dann wieder auf meinem Kanal. Heute mache ich neu in dieser Saison, Woche 11, und zwar währenddessen in einem anderen Universum. Auftrag Nummer 1, und zwar kaufe ein Gegenstand bei Gwen. Einmal von 20.000 XP auf der Karte, ganz genau hier. So Leute, ich bin hier auf der Karte, ganz genau hier, bei Schleppeschoss. Sie, also Gwen sitzt gerade hier, momentan. Den gehen wir jetzt einfach hin, sprechen sie an, kaufen Schildsprinkler, egal was. Dann haben wir den Auftrag auch somit abgeschlossen, wie ihr sehen könnt. Sammle die Spider-Verse Netzschieße ein. Einmal bekommt ihr Spray-Motiv und 25.000 XP. Dann würde ich einmal sagen, fangen wir direkt an mit dem Auftrag. Leute, ich gebe euch einen Tipp, und zwar der schnellste Weg, den Auftrag abzuschließen, ist auf jeden Fall hier, zu Schleppeschoss hinzugehen und einmal zu Gwen. Ich gucke mal, wo sie auf der Karte ist. Okay, wir gucken einfach mal weiter, dann sehen wir uns gleich wieder. Ja Leute, hier ist Spider-Gwen, wir gehen hin, ein Spider-Verse kaufen. Und zack, ihr seht, wir haben ihn auch somit eingesammelt und haben den Auftrag abgeschlossen. So sieht das Ganze aus, hier. Ganz nice, und jetzt kehren wir mal zurück zur Lobby. Denn wenn wir den Auftrag abgeschlossen haben, bekommen wir ein Spray-Motiv, und zwar Morales-Zeichen. So sieht das Ganze aus. Und wenn wir auch Woche 11 Aufträge abgeschlossen haben, also, dann bekommen wir hier diesen Stil. Schwinge dich mit den Spider-Verse Netschi-San auf eine Grand Rail. Einmal 25.000 XP, fangen wir direkt an mit dem Auftrag. Ja, ich empfehle euch auf der Karte ganz gerne hier bei Slappeschoss zu landen, denn hier gibt es Gwen. Bei Gwen könnt ihr auf jeden Fall Spider-Verse Netschi-San kaufen mit Gold. Gold sei mit dem, in dem ihr Kissen öffnet oder Gegner eliminiert. So, auf der Karte soll er jetzt hier auf diesem Dach sein. Wir gehen auch direkt dorthin, so, kaufen ein, zack, und schwingen es jetzt auf die Grand Rail. So, ihr seht, zack, einfach mal drauf schwingen, zack, und dann haben wir den Auftrag auch somit abgeschlossen, Leute, wie ihr sehen könnt. Also einfach die Spider-Verse Netschi-San auf die Grand Rail halten oder auf dem Haus und dann direkt auf der Grand Rail hier. So, ich zeige euch mal und zack, einfach mal dann drauf landen. Da habt ihr den Auftrag auch somit abgeschlossen, Leute. Triff einen Gegner, während du in der Luft bist. Das ist Auftrag Nummer 4, fangen wir direkt an mit dem Auftrag. Leute, für diesen Auftrag braucht ihr egal welche Waffe wirklich. Und während ihr einem Gegner Schaden zufügen wollt, müsst ihr in der Luft sein. Zum Beispiel hier, ich zeige euch das mal jetzt. Hier vorne ist ein Gegner, wie ihr sehen könnt. So, ich bin in der Luft. Warten, wartet mal. In der Luft bin ich. Und dann muss ich ihm einfach mal Schaden zufügen. Zum Beispiel der da oben, während ich in der Luft bin, so, muss ich ihm Schaden zufügen. Ihr seht, ich war in der Luft, habe ihm auch Schaden zufügen, wie ihr jetzt auch. Ihr könnt einfach springen, während ihr in der Luft seid Gegner Schaden zufügen, mit egal welcher Waffe. Dann habt ihr den Auftrag abgeschlossen, wie ihr gesehen habt. Nutze die Spider-Verse-Natschieße zehnmal hintereinander, ohne dazwischen zu landen. Einmal 33.000 XP. Und dazu bekommen wir auch eine Musik. Dann würde ich sagen, fangen wir direkt an mit dem Auftrag. Ja, Leute, für diesen Auftrag gehen wir einfach mal zu Slappy Shores, da ist Gwen. Bei Gwen kann man sich die Spider-Verse-Natschießer kaufen. Und ich gucke mal auf der Karte, wo sie genau ist. Eine Sekunde dafür. Okay, sie ist ganz genau hier auf dem Dach. Was wir machen, wir gehen einfach mal hin. So, kaufen die. Und dann benutzen wir die auch. So, jetzt sehen wir eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun und zehn. Somit haben wir den Auftrag abgeschlossen. Wenn wir einmal auf dem Boden gefallen sind, dann müsst ihr das Ganze neu starten. Und jetzt kehren wir mal zurück zur Lobby. So, Leute, wenn wir den Auftrag abgeschlossen haben, dann bekommen wir Musik. Und zwar Seite und Duft. Das ist Copyright, deswegen gibt es keinen Sound. Könnt ihr selber anhören, einfach den Auftrag machen. Abschließend, dann habt ihr es auch einmal einfordern. Und ja, Leute, dann würde ich sagen, ich hoffe, dass es wieder hat euch kurz gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Lasst gleich aktiv, dass es kein Video mehr verpasst. Dann würde ich einmal sagen, war es schon mit dem Video. Und ciao, haut rein bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017